Was geht ab meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum 8. Slender der Rival Let's Play. Ja Freunde, es haben von euch sehr viele in die Kommentare geschrieben, ja ne da gibt es auf jeden Fall noch ein Level, spiel das bitte. Und ja, ich habe es erstmal gar nicht gesehen, viele von euch haben wahrscheinlich auch gedacht, das wäre es vom Spiel gewesen. Aber, wenn wir hier auf Stage Selection gehen, also die Level auswählen, dann können wir ganz unten rechts sehen, da ist ein Level, das hat man noch gar nicht gespielt gehabt. Das heißt nämlich Genesis, dann kann ich mich auch gar nicht erinnern und ja, dann würde ich sagen Freunde, wagen wir uns jetzt auch direkt mal an dieses Level dran. Alles klar, los geht's. Ach du Scheiße Alter, was ist das denn, wir sind wieder im Wald. Das kann nicht sein Alter. Ey krass, das Level hatten wir wirklich noch nicht. Ich habe gedacht Freunde, ihr wollt mich verarschen, aber es gibt wirklich noch ein Level, was wir noch nicht gespielt haben. Alter, hinten ist ein Fußballtor, sieht ihr das, da ist irgendwie so ein Tor da hinten. Alter, wir drücken mal Pause, vielleicht steht da, find remaining. Okay, wir müssen wieder acht Seiten finden Freunde. Das Level kennen wir ja so in etwa, aber das ist jetzt ein ganz neuer Wald, ein komplett neues Level, was wir noch gar nicht gespielt haben. Und ja Freunde, würde ich sagen, wagen wir uns jetzt einfach mal an dieses Level ran. Oh shit Alter, oh shit, ich kenne einfach gar nichts hier. Ey, das ist alles komplett neu für mich. Ihr wolltet ja unbedingt ein Horrorspiel Freunde, das wird jetzt erstmal vorübergehend das Horrorspiel sein. Also, das wird jetzt das letzte Let's Play hier zu Slender the Arrival sein Freunde. Da ist schon mal eine Seite, perfekt. So, haben wir schon mal eine. Zack. Ach du Scheiße Alter. Das wird jetzt auf jeden Fall ein krankes Level werden. Ja, ich werde mir auf jeden Fall das neue, äh, nicht das neue Spiel, auf jeden Fall das Spiel Freddy's Nightmare holen. Das haben ja viele von euch in die Kommentare geschrieben, dass ich das unbedingt let's playen soll. Ist der da hinter einem Baum? Sieht ihr den? Guck mal da! Guck mal da hinter einem Baum! Das ist der. Und er ist weg. Fick dich in den Arsch Alter. Das ist ein krankes Level. Das hatten wir vorzu, vorher noch nicht gehabt. Die zweite Seite haben wir. Alter, das Level kennen wir noch nicht Freunde, das kennen wir noch nicht. Ich hab voll Angst vor diesem Slender. Ich hab schon mal von dem geträumt, dass der mich im Schlaf vergewaltigt hat oder so. Keine Ahnung. Irgendwas war da mit dem? Wo ist er? Ah, hinten habt ihr den gesehen? Junge, junge, junge Freunde. Wir dürfen uns nicht zu sehr in die Hose scheißen, Alter. Sonst kommt der auf uns immer näher. Okay, zwei Seiten haben wir schon, ey. Ich werde natürlich versuchen, alle acht zu kriegen, weil dann haben wir das Spiel komplett durch. Dann haben wir jedes Level gepackt. Aber ich verstehe nicht, warum dieses Level nicht einfach am Ende des letzten Let's Plays gekommen ist. Und warum wir einfach da im Menü gelandet sind. Das anschein ist so ein extra Level einfach mal. Hier muss eine Seite sein, oder? Was sagt ihr, Freunde? Das sind diese vier, vier Dinger hier. Hier muss doch eine Seite sein, Alter. Wollen die mich verarschen? Das kann nicht sein. Hier ist einfach keine Seite. Der Slender ist hier irgendwo. Da hinten, da hinten. Habt ihr den gesehen? Du Muschi, komm her. Komm her, komm da her, du Schwanzlutscher, ey. Du Arschloch, hier. Alter, Alter. Wir dürfen nicht zu lange angucken, sonst sterben wir. Sonst wären wir zu Stein wie bei Harry Potter. Alter, was ist das für eine Map? Auf jeden Fall ist dieser Wald zum Glück etwas beleuchtet, oder? Oder man könnte auch theoretisch hier ohne Taschenlampe rumlaufen. Oh shit, da hinten ist der Slender. Der kommt immer näher. Alter, auf einmal ist der hier! Auf einmal ist er da. Okay, verpiss dich. Ja, so viel Angst braucht man eigentlich gar nicht vor dem zu haben. Da tut dir einem nichts, ne? Aber wenn er auf einmal vor einem steht, dann schreie ich alles zusammen, ey. Aber ist er doch da, ja. Der verfolgt uns einfach. Der chillt da einfach seine Eier, ey. Scheiße, und ich mach immer so sehr in die Hosen, ey. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Tunnel hier? Das ist da eine Karte. Ich glaub, da war eine Karte, oder? Ja, da ist eine, oder? Da links. Ja, da ist wirklich eine. Oh mein Gott, stell dir vor, jetzt kommt er direkt hier raus, der Slender. Was? Can't run? Ach du Scheiße, das ist wieder so ein Gebäude, Mann. Da hinten ist der Slender. Das ist wieder so ein scheiß Gebäude, Freunde. Da müssen wir jetzt rein. Alter, wie viele Karten haben wir denn schon? Wir haben bisher, glaub ich, drei Karten gesammelt. Oh nein, jetzt geht's da in so ein Gebäude rein. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das Schlimmste, was es gibt! Ey, das ist doch einfach nur krank, ne? Das ist doch krank, Mann. Hier muss aber eine Seite drin sein. Wenn der Slender jetzt hier kommt, ich schrei alles zusammen. Was ist das denn für ein kranker Weg hier, ey? Oh, da ist ein Stuhl. Oh, wow, wow, wow. Aber da liegt nix, ne? Da ist nur ein Stuhl. Können wir den vielleicht nehmen oder so? Nee, nee. Nee, nee, nee. Hilfe! Alter, das ist krank gemacht hier, dieser scheiß Gang hier. Ins Unendliche. Hier. Okay, da ist ne Karte. Ich hab sie! Ich hab sie! Vier von acht Karten. Wir müssen jetzt schnell hier raus. Schnell, schnell, ganz schnell raus hier. Da ist die Tür. Raus! Ah, da ist der Slender irgendwo. Wo war der? Da hinten ist er. Okay, okay. Ganz ruhig chill, Digga. Chill. Okay, hier muss auf jeden Fall auch ne Karte sein. Denk ich mir einfach mal. Ach, du Scheiße. Das haben die echt krass gemacht, dass das alles so eng beieinander ist, Freunde. Weil der Slender könnte auf jeden Fall irgendwo gleich rausspringen. Und da hätte er uns an den Eiern. Alter, da war grad wieder irgendwas am Blinken. Junge, Junge, Junge. Das ist krank, dieser Slender hier. Ey, Junge, Junge. Auf jeden Fall kommt bald Outlast 2 raus. Outlast war ja das Spiel, was ihr am meisten gefeiert habt auf diesem Kanal. Oh, da hinten steht er. Aber ich hab die Karte auch gesehen. Ich hab die Karte gesehen. Die war da ganz hinten. Ich hoffe, der Slender verpisst sich da, Alter. Der denkt, oh, der kann die Karte beschützen. Einer auf Türsteher oder was? Was für Türsteher? Oh mein Gott. Okay, okay. Türsteher. Okay, er lässt mich nicht rein. Er lässt mich nicht in den Club rein. Scheiße. Ey, Digga, ich will in den Club rein. Alter, der verfolgt uns ja richtig, der Slender. Bitte, der kommt jetzt nicht da. Auf jeden Fall war da die Karte. Da kann ich meine Arschbacke drauf wetten. Da war die. Fünf von acht. Auf einmal war der rechts. Alter. Was geht denn hier ab? Alter. Was geht hier ab? Freunde. Alter, was war das? Da hinten rechts war der. Ach du Scheiße. Das wird jetzt immer schlimmer, Freunde. Das ist quasi jetzt das goldene Finale. Ach du Scheiße, ey. Auf einmal ist der da. Ey, der kommt von überall auf einmal. Auf jeden Fall brauchen wir noch drei Seiten, Freunde. Drei Seiten. Alter, das wird ja immer kranker hier. Ich würde mir gerne wissen, welcher Charakter. Alter. Die hauen ja gerade richtig auf die Kacke. Ich sehe nichts mehr. Hallo. Wir gehen jetzt... Ach du Scheiße, Mann. Was geht denn hier ab? Da hinten ist der. Okay, der... Was ist das denn da vorne? Ist das ein Baum? Guck mal, das sieht aus wie so eine Horrorgestalt. Alter, der Slender klebt uns an den Eiern. Aber ich weiß, diesen Weg sind wir noch nicht lang gegangen. Junge, Junge, Junge. Eigentlich sollte ein Fast and Furious kommen. Und was ist das denn für ein Baum? Sieht aus wie von Harry Potter. So ein scheiß Baum, Alter. Wingardium Lidiosa. Expecto Patronum. Junge, Junge. Abusher, Mutter. Auf Rille, der Baum. Aber hier muss doch irgendwo eine Karte liegen, oder? Bitte. Da ist eine Karte da. Und direkt weiter. Okay, zwei Karten brauchen wir noch. Alter, dann hätten wir es geschafft, Freunde. Hoffentlich schaffen wir es in einem Durchgang. Das wäre so ein Killer. Ich hoffe, wir schaffen es in einem Durchgang, Mann. Das wäre optimal. Das wäre natürlich das Beste, was uns passieren könnte. Es in einem verdammten Durchgang zu packen. Da ist eine Karte sogar. Da hinten. Da war der Slender. Eine Karte noch, Freunde. Ach du Scheiße. Jetzt will er uns richtig bumsen. Schnell, schnell. Ach du Scheiße, Mann. Oh mein Gott. Auf einmal ist der da. Okay, aber auf einmal ist der da. In diesem Haus noch mal. Glaube ich noch nicht. Oder ist das ein anderes Haus? Oder ist das das gleiche? Alter, der Bildschirm dreht durch. Alter. 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 Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ey, Freunde. Das geht voll auf meine Tüche gerade. Mach das weg, die Scheiße. Ey. Ey, wenn wir jetzt in dieses Haus reingehen, der fickt uns kaputt. Alter, das ist doch krank. Der kommt von jeder Seite. Ey, das ist doch echt krank gemacht. Ey. Ich sehe nichts mehr. Alter, Freunde, Mann. Das geht voll auf meinen Kopf. Ich sehe nichts mehr. Ja. Alter, ich kann gar nichts mehr sehen gerade. Wie ist es mit euch, Freunde? Könnt ihr noch was sehen? Ey, brauche ich nicht. Wir brauchen noch eine verdammte Karte, Mann. Der Slender will uns die Karte nicht geben, Mann. Hallo. Ich zahle auch Eintritt dafür. Da waren wir auf jeden Fall schon. Das heißt, wir müssen uns umdrehen. Ah. Ah. Alter. Er hat uns gleich. Alter. Was geht denn hier ab? Es ist ja mal richtig krank, Mann. Der Controller ist so am vibrieren wie eine Möse. Alter. Und in diesem Zustand sollen wir die letzte Karte finden? Alles klar. Alles klar. Nein. Nein. Alter, ist das krank. Alter. Wir haben verloren, Alter. Ja, Freunde. Ich würde sagen, einmal versuchen wir es auf jeden Fall noch. Ein letztes Mal. Alles klar. Bis gleich. So, Freunde. Ich werde euch jetzt nur zeigen, wo ich die Karten einsammle. Also, ich mache da immer so Cuts. Karte 1, Karte 2, Karte 3. Damit ihr nicht wieder alles hier sehen müsst. Außer, wenn ich mich erschrecke. Dann kommen natürlich die Schockmomente rein. So. Karte Nummer 1 haben wir. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den restlichen Karten wieder. Oh mein Gott. Jetzt geht es ins Haus rein, Freunde. Das will ich euch auf jeden Fall zeigen. Ach du Scheiße, Mann. Ach du Kacke. Aber die Karten sind immer an anderen Orten, Freunde. Die ist nicht da, wo sie gerade war. Die kann jetzt auch hier sein. Aber diesmal ist sie nicht hier. Vielleicht ist es Slender ja dafür hier. Oh mein Gott. Stell dir vor, Freunde. Wir brauchen nur noch eine Karte. Auf einmal müssen wir die hier in diesem Labyrinth suchen. Also, vorhin war sie auf jeden Fall hier. Vielleicht ist sie jetzt nochmal hier. Ich hoffe es. Ne, guck. Sie ist nicht hier. Das heißt, sie ist woanders. Ach du Scheiße, Mann. Alter. Verwalter. Da ist der Stuhl auf einmal umgekippt. Ach du Scheiße. Abu. Okay, dann muss es die andere Seite sein. Es gibt hier, glaube ich, vier Räume. Einfach hinten durch und jetzt links. Alter, das Spiel macht mir schon voll die Kopfschmerzen, Freunde. Ganz ehrlich, Alter. Da fickt man eine Psyche. Da ist die Karte. Okay, vier von acht haben wir, Freunde. Bis gleich. Komischerweise ist diesmal keine Karte hier am Tunnel, Freunde. Also, die Karten sind wirklich jedes Mal woanders, ey. Das ist echt krank gemacht, ey. Da vorne haben wir schon mal Karte Nummer fünf, ist es, glaube ich. Ja, Karte Nummer fünf. Noch drei Stück fehlen uns, Freunde. Oh mein Gott, der Slender. Da ist die nächste Karte an diesem Harry-Potter-Baum. Karte Nummer sechs von acht. Eins war hier auch am Auto gewesen. Oh, fuck, da ist der Slender. Seht ihr den? Direkt hinterm Baum. Weg ist er. Die Karte ist immer noch da. Perfekt. Nur noch eine Karte wieder, Freunde. Okay. Jetzt können wir wieder zusammenspielen. Shit, shit. Ach, du Scheiße, Freunde. Soll ich sagen, wo ich die Karte noch nicht gefunden habe, Freunde? Bei diesen Dingern hier. Genau vor uns, Alter. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott, der will uns jetzt wieder richtig bumsen. Hier habe ich die letzte Karte nicht gefunden gehabt, Freunde. Aber hier ist sie auch nicht, Mann. Die ist jetzt woanders, Mann. Ach, du Scheiße. Slender bumst uns wieder. Der bumst unseren Verstand. Auf einmal ist der vor uns. Was ja krass ist, der uns diesmal auch kriegen kann, wenn wir ganz nah bei ihm sind. Wir spielen jetzt mal ein bisschen verstecken mit ihm. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Stell dir vor uns, Alter. Dann bumst er uns richtig. Ich sehe hier keine Karte, Mann. Aber hier habe ich hundertprozentig noch keine Karte gesammelt, Freunde. Oh! Auf einmal ist er da. Oh mein Gott, auf einmal ist er da. Ach, du Scheiße, Mann. Wo ist die letzte Karte, Freunde? Mann, Mann, Mann. Das fuckt mich gerade unnormal ab. Ich will die letzte Karte finden. Aber hier haben wir die noch nicht gefunden, Mann. Die musste hier doch eigentlich liegen. Die musste hier echt liegen. Da ist sie, glaube ich, oder? Nee. Da ist der Slender. Shit, shit, shit. Mittlerweile bin ich aber abgehertet gegen den Typen, Alter. Der kann mir mal eine Puberze lutschen, ey. Komm doch her, du Arschloch! Oh, auf einmal ist er da. Okay, Freunde, anscheinend wird die Karte hier wohl nicht mehr sein. Aber ich habe doch schon so gut wie alles hier abgesucht. Ich habe euch ja gerade gezeigt, wo ich die Karten alles gesammelt habe. Oh fuck, auf einmal ist er da. Vielleicht ist die letzte Karte hier beim Slender. Oh mein Gott, verpiss dich doch mal. Wie gehen Sie? Oh mein Gott. Jetzt will er uns wieder richtig bumsen. Okay, Freunde, okay. Ich werde auf jeden Fall drei Versuche hier. Da habe ich ja auch schon vorhin eine Karte gehabt. Da kann sie nicht sein. Was meint ihr, wo die scheiß Karte ist, Mann? Das fuckt mich gerade richtig ab. Ich will wissen, was danach passiert. Ja, klar, 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 klar. Hier habe ich ja auch schon eine Karte gesammelt. Kann sie auch nicht sein. Ey. Wie kann er uns denn kriegen? Hallo. Wir gehen jetzt einfach mal durch den Tunnel hier durch. Hier war auch keine Karte, ne? Ich sehe hier keine. Also hier habe ich vorhin auch keine Karte. Ah, wann war es der Slender da? Er hat uns jetzt im Tunnel gekreist, Alter. Der bumst und gerade des Todes der Slender. Alter, langsam dreht mein Kopf hier durch bei dem ganzen Gewackeln hier, ey. Ey, verpiss dich doch, Mann. Alter, diese Musik hier, das bumst einen richtig. Das ist echt krank gemacht, ihr Freunde. Alter, wo ist die letzte Karte, Freunde? Ich will die unbedingt jetzt finden, Mann. Ich will sie jetzt finden, da rechts, weil das... Ey, wir dürfen auf keinen Fall nicht in das Haus da jetzt reingehen. Da waren wir auch schon vorhin drin. Die Karte kann da einfach nicht drin sein. Sie kann da nicht drin sein. Es ist unmöglich, dass sie da drin ist. Oder ist das... Es sei denn, es ist ein anderes Haus. Aber wird wohl kein anderes sein. Ey, wo kann die Karte sein? Die kann ja nur bei diesen Containern sein. Vielleicht muss man dem Slender eine boxen, Alter. Ich habe auch keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier mal weiterschauen. Ey, wo könnte die Karte sein? Alter, da ist der Dreck vor uns. Das ist richtig schwierig gemacht, die letzte Karte hier vor allem zu finden. Ey, Mann, wo ist die? Ich will die finden, Alter. Ich werde sie heute auch finden, Freunde. Wunderbar. Alter, warum rennt er auf einmal so schnell? Da kommt es nur so vor. Da ist der scheiß Baum. Wir waren einfach schon überall. Die letzte Karte wird wahrscheinlich... Ich lunge mir noch den Sackslender. Die letzte Karte wird da sein, wo diese Container waren. Da muss die sein. Alter. Das ist ja gerade komplett am Durchdrehen hier. Ja, ich glaube, die hat fast direkt in die Arme. Die muss einfach hier sein. Die muss hier sein. Die muss hier sein. Der Dreck ist komplett durch. Aber der holt die Arme raus. Alter. Das ist ja echt verdammt krass. Sollen wir die Eier haben, Freunde, und da reingehen? Komm, wir gehen jetzt mal ein bisschen rein. Ein bisschen Spannung muss auch mal sein. Da! Da! Shit. Okay. Okay. Der Slander macht Teleportation bis zum Goku, Alter. Ich finde die letzte Karte einfach nicht, Freunde, ey. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Oder bis ich sterbe. Bis gleich. Ey, Freunde, ich habe jetzt hier alles abgesucht. Dieser scheiß Tunnel hier. Da ist einfach keine Karte drin. Aber wenigstens hat der Slander sich mal ein bisschen verpisst. Warte mal, hier waren wir doch schon überall, Mann. Wo kann es denn noch weitergehen? Hier bin ich lang. Überall bin ich lang gegangen. Was ist das denn? Ich glaube, da waren wir noch nicht, oder? Ey, wir haben jetzt da an diesem Scheiß Laster die Karte dran. Das ist am flippig aus. Ich habe hier locker 20 Minuten lang gesucht. Ey, wenn jetzt da die Karte dran ist, das gibt es nicht. Ist die da? Ne, die ist auch nicht da. Krank. Oh, doch, da ist sie! Da ist die Karte, Freunde. Wir haben alle acht Karten. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ich habe plans für dich, Karte. Ach, du Scheiße. Ja, meine lieben Freunde. Das war es dann jetzt endgültig hier von Slender The Arrival. Dem zweiten Teil von Slender. Es gibt auf jeden Fall noch viele weitere Teile von Slender. Die gibt es aber leider nur auf PC zu zocken. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal für den PC das Programm Steam gedownloadet. Das sollten die meisten von euch kennen, die auf dem PC zocken. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wo ich am besten auf dem PC Horrorspiele runterladen kann. Ob ich die einfach über Steam kaufen muss und dann zocken kann. Oder ob ich auch irgendwo auf irgendeiner anderen Seite die Horrorspiele zocken kann. Also auf jeden Fall will ich auf jeden Fall jetzt für euch ganz viele Horrorspiele machen. Ihr wolltet die ja unbedingt haben. Zum Beispiel, es gibt so viele Horrorspiele. Amnesia. Es gibt so viele krasse Sachen, Alter. Auf jeden Fall schreibt mir in die Kommentare, wie ich mir am besten Horrorspiele zulegen könnte über Steam. Alles klar, wenn uns das letzte Slender in der Rival Let's Play gefallen hat, durch der Typ wir jetzt mal richtig über den Daumen nach oben freuen. Für die letzte Folge schafft man die 6.000 Likes auf jeden Fall. Alles klar, euer Öni ist raus. Morgen geht es weiter mit Fast & Furious oder WWE. Und Dankeschön an unseren Hauptkanal FeelFIFA. Da haben wir nämlich jetzt die 300.000 Abonnenten geknackt. Einfach nur unfassbar geil. Dankeschön an dieser Stelle an jeden Einzelnen von euch, dass ihr uns bis hierhin unterstützt habt. Einfach nur Weltklasse. Ihr seid einfach nur die Besten. Alles klar, Freunde. Haut rein. Macht's gut und ciao.